Es geht um bessere Zoom-Nutzung für Fotografen und Videofilmer in diesem Video. Videokonferenzen mit Zoom, das ist eigentlich ein Heimspiel für Menschen, die gerne fotografieren oder die auch mal Videos machen. Und für viele Bereiche bietet es sich an, Zoom nicht nur als Teilnehmer zu nutzen, sondern selbst Kurse, Tutorials oder kleine Veranstaltungen als Moderator zu präsentieren. Eine kleine Foto- oder Videoausstattung reicht dir schon, um gute Ergebnisse zu erreichen und bei einem Zoom-Meeting ansprechend rüberzukommen. Das erste wichtige Thema ist das Licht. Gutes Licht gehört zu den Dingen, die du für eine Videokonferenz am einfachsten verbessern kannst. Drei Dinge nerven Zoom-Teilnehmer am meisten. Zum einen sind die Bilder zu dunkel und deswegen ist schlecht zu erkennen, was da genau passiert. Das nächste ist, dass der Bildwinkel der eingebauten Webcam oft ungünstig ist und er zeigt dann nicht so sehr einen tollen Hintergrund, sondern einen Teil deiner Zimmerdecke. Und weil das Licht für die eingebauten Kameras nicht ausreicht, das ist der dritte Punkt, zerfällt das Bild regelrecht in Bildrauschen und Unschärfe. Es braucht aber kein professionelles Foto- oder Video-Equipment. Ideal ist zum Beispiel eine Beleuchtung mit mindestens zwei Lichtquellen. Das Hauptlicht sollte dabei schräg von vorne kommen und dein Gesicht zumindest von einer Seite gut ausleuchten. Das sollte nicht zu grell sein, aber auch nicht so, dass viele Bereiche dunkel bleiben. Dieses Licht sollte neutral sein, also kein Glühlampenlicht oder keine Neonröhre. Wenn deine Lichtquelle zu stark ist, brauchst du auch keinen professionellen Diffusor oder eine Softbox oder sowas, sondern es genügt halbdurchlässiges, helles Material, wie zum Beispiel weißes Backpapier oder Transparentpapier oder ein Stück Vorhang. Die andere Seite ist die Schattenseite, bei mir die hier. Und hier genügt eine Aufhellung und das kann dann durchaus eine einfache Stehlampe sein mit einer Glühlampe. Da spielt die Farbtemperatur von dem Licht eigentlich eine wesentlich geringere Rolle, weil es nicht so stark zum Tragen kommt, wenn die Hauptlichtquelle mehr oder minder neutral ist. Videoexperten achten zum Beispiel darauf, dass Lichtstärke und Farbe an so einer Lichtquelle einer Videoleuchte einstellbar sind. Für Zoom reicht es, wenn du die Lichtstärke durch den Abstand der Leuchten regelst. Das heißt, wenn das Licht zu hell ist für dich, dann stellst du die Lampe einfach einen halben Meter zurück. Der zweite wichtige Grund ist der Hintergrund. Hilfreich ist ein klar strukturierter Hintergrund, der möglichst nicht mit Details überladen ist. In der Regel schafft man schon mit dem wenig Aufräumen gute Bedingungen. Wenn der Hintergrund zu düster ist, reicht oft die Raumbeleuchtung, um das ein bisschen aufzuhallen, oder du stellst eine weitere Lampe auch in dem Hintergrund auf. Die Lampe kann auch gern sichtbar sein und es kann auch wieder normales Glühlampenlicht, Halogenlampenlicht sein. Auch da spielt die Farbtemperatur weniger eine Rolle. Ein ganz einfacher Hintergrund, wie zum Beispiel eine weiße Wand, ist dagegen nicht so sehr ansprechend. Was dir hilft, die richtige Balance zu finden zwischen einem unaufgeräumten und einem sehr ansprechend, klar strukturierten Bild, ist der Ausschnitt. Du musst nicht das ganze Zimmer aufräumen oder umgestalten. Es geht eigentlich nur darum, den Ausschnitt, den deine Besucher, deine Zuschauer sehen können, den zu arrangieren. Noch eine Faustregel für die Aufnahme. Relativ gut strukturiert ist das Bild dann, wenn du näher an der Kamera bist als der Hintergrund an dir. Also sprich, der Abstand von mir zur Kamera sollte in der Regel etwas geringer sein und der Abstand zum Hintergrund etwas größer. Das sorgt schon ein bisschen dafür, dass die Person, die im Vordergrund steht oder im Mittelpunkt steht, sich ein bisschen abhebt und dass sich die Leute leichter auf das konzentrieren können, was ihnen da jemand erzählt. Deutlich besser wird das Ergebnis von deinen Zoom-Meetings oder Zoom-Tutorials, wenn du statt der eingebauten Webcam eine richtige Kamera verwendest. Dazu genügt schon ein kleines Stativ und eine HDMI-Kabel, die es schon ab 20 Euro gibt und das passende Kabel. Fast alle Kameras haben heute einen HDMI-Ausgang und können damit das Bild, das man auf dem Display der Kamera sieht, auf den Bildschirm übertragen. Du kannst die Zoom-Einstellung deines Objektivs nutzen oder eine passende Festbrennweite, um den richtigen Ausschnitt zu erhalten. Eine größere Blendenöffnung, also ein Objektiv mit 1,8 oder 2,8 als offene Blende, sorgt für ein bisschen Unschärfe im Hintergrund. Moderne Kameras haben einen sogenannten Clean-HDMI-Ausgang. Dann wird nur das Bild auf Zoom übertragen und nicht die ganzen Symbole und Anzeigen, die du sonst im Sucher siehst oder auf dem Display von deiner Kamera. Und wenn dein Autofokus nicht so ideal funktioniert bei den Aufnahmen, dann verwende doch gleich die manuelle Entfernungseinstellung. Das ist am Anfang ein bisschen knifflig, wenn du alleine vor und hinter der Kamera stehst und das einstellen möchtest und es braucht ein paar Versuche. Aber es lohnt sich, denn wenn du das einmal scharf eingestellt hast, dann kannst du auch verschiedene Anläufe machen oder verschiedene Teile aufnehmen, ohne dass du jedes Mal wieder kontrollieren musst, ob das mit der Entfernungseinstellung so funktioniert wie es soll. In den Videoeinstellungen von Zoom kann man nun die Kamera am USB-Anschluss auswählen statt der eingebauten Webcam. Jetzt kannst du außer der besseren Bildqualität noch viel mehr Vorteile von der richtigen Kamera nutzen. Du kannst die Kamera zum Beispiel höher stellen oder weiter weg stellen und damit den Ausschnitt nochmal bestimmen oder besser bestimmen, als du das mit dem Laptop zum Beispiel könntest. An der Stelle will ich die Verbindung von Kamera und meinem MacBook etwas genauer beschreiben. Das MacBook sollte ans Netz angeschlossen werden, das ist das weiße Kabel, das eine der beiden USB-C Buchsen belegt. An die andere USB-C-Schnittstelle wird die HDMI-Karte angeschlossen, die auf ihrer anderen Seite über das HDMI-Kabel mit der Kamera verbunden ist. Die am häufigsten angebotenen HDMI-Karten besitzen einen normalen USB-A-Anschluss. Dafür braucht man am MacBook einen Adapter. Bei mir erwies ich das als störungsanfällig, sobald Kabel, Kamera oder MacBook bewegt wurden. Das HDMI-Kabel ist 1,8 Meter lang und bietet damit etwas mehr Bewegungsfreiheit. Statt des Akkus nutze ich für die Kamera eine sogenannte Dummy-Batterie. Die garantiert eine unbegrenzte Laufzeit. Noch ein Tipp, um Leuchten, Rechner und Kamera flexibel aufbauen zu können, empfiehlt sich eine Mehrfachsteckdose mit langem Kabel. Ein weiteres wichtiges Kapitel für gute Zoom-Konferenzen ist der Ton. Man glaubt es kaum, aber der Ton ist bei vielen Teilnehmern entscheidend dafür, ob sie nachher oder auch bei Videos nachher das als eine gelungene Präsentation und Darstellung empfunden haben. Oder ob das doch eher schlecht bei ihnen ankam. Aber wenn du jetzt schon die Kamera mit deinem Rechner verbunden hast, dann kannst du auch noch leicht die Tonqualität verbessern. Am einfachsten geht es mit einem auf die Kamera aufgesetzten Videomikrofon. Dazu braucht deine Kamera natürlich einen Mikrofoneingang und dann wählst du in den Toneinstellungen bei Zoom ebenfalls den USB-Anschluss der Kamera aus. Andere Mikrofonlösungen sind zum Beispiel ein Lavaliermikrofon, das direkt mit der Kamera verbunden ist. Und diese Lavaliermikrofone, die gibt es mit einem langen Kabel, also ich habe welche, die haben 6 Meter Kabel. Das reicht also gut, um auch bei längeren Abständen direkt mit der Kamera oder mit dem Rechner verbunden zu sein. Oder es gibt sie mit einer Funkverbindung. Noch eine ganz andere Lösung, die dafür in Frage kommt, ist ein Podcast-Mikrofon. Das steht dann in der Regel auf dem Schreibtisch, wenn du da noch in der Nähe bist. Und ist dann auch dort mit dem USB-Anschluss an deinem Computer verbunden. Ich finde die Optik von diesen relativ großen Mikrofonen direkt in diesem Zoom-Bild nicht so toll, nicht so attraktiv. Zur Tonqualität generell lässt sich vielleicht noch sagen, dass der Ton umso klarer ist, je weniger Umgebungsgeräusche du aufnimmst. Dann sind alle Mikrofone gut, die direkt bei dir dran sind. Also diese kleinen Lavaliermikrofone sind ausgezeichnet, auch wenn sie bloß 20 Euro kosten. Und auch dieses Podcast-Mikrofon, das direkt vor dir am Schreibtisch steht, ist gut geeignet, weil keine Umgebungsgeräusche aufgenommen werden. Das Videomikrofon auf deiner Kamera, die vielleicht zwei, drei, vier Meter von dir entfernt steht, die nimmt noch am ehesten die Raumgeräusche auf und ist vom Ton her dann oftmals nicht ganz so attraktiv. Und damit wären wir schon beim Fazit. Mit dem, was du jetzt hier aufgelistet bekommen hast, bist du bestens gewappnet für deinen Zoom-Auftritt, zumindest was die Präsentation anbelangt. Ich werde noch zwei kleine Listen anfügen. Die eine beinhaltet die Preiswertetechnik, so im Bereich um die 100 Euro. Und die andere lohnt sich vielleicht für diejenigen, die öfters fotografieren oder Videoaufnahmen machen. Die können damit auf jeden Fall was anfangen, haben vielleicht auch schon einen Teil davon zu Hause. Dann viel Spass und bis dahin.